Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dyson Sphere Program, wo wir nach wie vor mit relativ großen Schritten Richtung Missionsende gehen und ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher wie lange es noch dauern wird und wie das Ende genau aussehen wird. Es wird noch andere Projekte auf jeden Fall geben. Da kommen wir dann ein paar Raketen an. Also Dyson wird nicht das letzte Projekt sein, was ich mache. Das auf keinen Fall. Und es wird auch nicht das letzte Fabrikspiel, nenne ich es mal, werden. Also wir werden definitiv noch andere Sachen, die ähnlich sind wie Factorio, Dyson und so weiter noch spielen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Auch verbrachte ich Kimberlid nochmal. Das war doch hier für Diamanten, genau. Wir haben nicht so viel Strom in unserem Roboter. Das hier würde ich ja eigentlich gerne mal ausprobieren. Das hatte ich zwar schon auf einem anderen Planeten, aber ich weiß grad nicht mehr, ob das den Wecker auflädt. Das wäre mal ganz nett zu wissen. Äh, wo ist es da? Nein, das lädt nicht auf. Na gut. Aber wir wollen erstmal zurück. Und wir können ja nochmal hier durchfliegen, weil ich finde es herrlich, dass die sich so wegbewegen. So wie lustig. So, Tejat. Was vielleicht noch nützlich wäre, wäre dann hier die neue Energiezelle. Ja. Dann nehme ich das hier raus und aktiviere das hier. Und dann wird hier nämlich geforscht. Ach, meine Güte gehen die schnell runter. So schnell, dass selbst das schnelle Förderband hier nicht mehr hinterher kommt, die alle zu versorgen. Das ist interessant. Und aktuell fehlt uns Antimaterie. Die kriegen wir ja hier hinten her und auch nur, wenn der hier sich mal dazu entscheidet, wieder einen Protonen hier rauszuschmeißen. Dann kriegen wir hier mal Antimaterie her. Also die Frage 2,83. Ja, mit 2 ist es definitiv schneller. Ja, es geht zwar etwas runter, aber insgesamt sind wir trotzdem schneller. Statt 2,83 macht er jetzt 2,18. Also wir machen immer noch über 2 die Minute. Statt knapp 3 machen wir jetzt nur noch 2, wenn man es jetzt mal rundet. Aber wir haben dafür 4 Maschinen. Das heißt, wir machen jetzt 8 die Minute. Und damit seid ihr hier auch locker hinterher kommen. So, ich möchte hier noch eigentlich nur noch einen drin haben. Weil die haben genug Tragekapazität, dass die nicht sofort bei jedem einzelnen Teil, was hier ankommt, losfliegen müssen. Problem ist nur, die brauchen... Ah ne, da kommen sie schon. So, dann kann ich nämlich einen rausnehmen und einer ist hier drin. Auf der Seite die 10. Ja, die könnt ihr locker sofort mitnehmen. Was haben die eigentlich für eine Kapazität? 14 Stück. Achso, linker. So, Linsen sind hier auch zur Verfügung stehend. Jetzt nur die Frage, warum kommt hier nichts an? Weil die Linsen gerade sofort aufgebraucht werden für die Forschung. Oh, es hapert gar nicht an grün, wie ich es gedacht habe, sondern an den roten. Okay, da produzieren wir auch jetzt nicht grad viel. Und was fehlt? Natürlich ist Hydrogen. Und Hydrogen wird garantiert von hier hinten geliefert. Das wird hier natürlich letztmöglich verarbeitet. Oh, das sieht man natürlich gerne, dass sich das hier schon zurück staut. Das bedeutet, sobald es sich komplett gestaut hat, staut sich auch das Hydrogen zurück. Ihr seid am machen, aber kommt dadurch hinterher. Ihr seid Stufe 2. Kann ich die Stufe 3 gerade so herstellen? Nein, nein, die Schaltkreise. Und die Schaltkreise bekomme ich von hier hinten. Wenn ich da mal ein volles Lager habe, das gefällt mir. So, mach ich gleich mal 3 Stück. Dann kann ich eventuell sogar die Produktion hier um 1 erweitern. Und wo ist es? Du baust die Dinge auf. Du baust die Dinge auf. Du baust die Dinge auf. Du baust die Dinge. Aber ich glaube, es geht nur bei mir. Wie du wirst das noch etwas machen. Ich will das noch mal machen. Du baust die Dinge auf. Aber ich glaube, wir können die Leute auch einfach mal machen. Das können wir mal machen. Aber ich denke, es ist mir einfach nicht so viel. Aber es bringt mir meiner Meinung nach nicht so viel, wie es könnte. Ich glaube, dass wir das noch machen. Was wird hier für die Förderbänder benutzt? Warum benutzt du eigentlich gerade denn nicht? Was fehlt dir? Ach, weil ich hier die Zahnradproduktion abgestellt habe. Warte mal. Warte mal, dass ich die Zahnradproduktion umdrehebe. Warte mal, dass ich die Zahnradproduktion umdrehebe. Ach, ich habe das Vorderband umgedreht. Okay, das war der eine Ausschalter hier. So, und schon haben wir hier hinten noch einer. Facility oder eine Assembling Machine, die mir den Treibstoff produziert. Von dem Treibstoff brauche ich einiges. Damit ich selber besser rumfliegen kann. Hier brauche ich hier hinten und hier ist ja nichts drin. Und deshalb, weil wir nur zwei haben. Ich werde nicht mehr jetzt vier nehmen, aber... Es lädt uns zwar auf... Ich werde auf Alt drücken, damit ich lande. Ich werde auf Alt drücken, damit ich... Ich werde auf Alt drücken, damit ich... Ich werde auf Alt drücken. Das gefällt mir. So, Forschung sagt, hapert immer noch an Rot und dafür brauchen wir mehr Hydrogen. Das ist die Zahnradproduktion. Oh, da ist ein Featherium dabei. Das ist die Zahnradproduktion. Na jetzt wird aber gerade hier wieder Deuterium abgezogen ohne Ende. Naja, wir produzieren hier jetzt noch mehr. Wie kriegen wir noch mehr Hydrogen ran? Eigentlich hier aber sowas. Du brauchst das, du lieferst das hier ab. Dann geht das hier rein. Wenn ich Supply sage, sollte es, sobald er sich zurück gestaut hat, bestimmt den Zweck zur Verfügung stellen. Sollte besser sein, als alles zu verbrennen. Oder ich könnte es, je nachdem wie weit, so weit ist es nicht. Dann gibt es wieder, dass die mahnt. Dann sage ich einfach hier, alles was an Hydrogen übrig bleibt. Dann gehen wir hier rein. Wurde, alles was seit Überschuss ist. Wir brauchen die Udine. Was war denn das gerade? Hier bauen wir FireEyes ab. Obwohl da jetzt hinzufliegen wäre dämlich. Weil dann komme ich von hier nicht mehr weg. Von dort eventuell nicht mehr weg, weil wir nicht genug Strom gerade im Anzug haben. Alles nicht ganz so einfach. Warte, du musst fleißig produzieren hier. Vier Stück sind drin. So, wo fliegt die Drohne rum? Da kommt sie gerade zurück. Also könnte es sein, dass er zwölf Stück mitnimmt. Wenn ich den jetzt noch so eine Linse reinlege, arbeiten die doch auch noch schneller, oder? Ja. So, wie sieht es jetzt gerade mit den Bremsen aus? So, dann gebe ich 76 Stück jetzt an. Das bezweifle ich ein wenig. Ohne 15 Stück kann ich ja schon mal mitnehmen. So, dann meine Idee war es, durch hier nochmal einen direkten Transport zu machen. Obwohl da müsste ich einen Bomben nehmen, der mit Warpantrieb hin und her schicken kann. Und ich kann es das wahre. Das ist alles nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Was ich aber machen kann, ist hier nochmal weiter bearbeiten. Sonst werde ich dort gerne Knotenpunkte. Und die besten Falle auch gleich verbunden. Und so bauen wir unsere Dyson Sphäre immer weiter und weiter auf. Was ich aber auch machen könnte, anstatt das alles hier einzulagern. Okay, die sind halt voll. So, du wirst dann einfach mal keine Kristalle mehr annehmen. Sondern stattdessen Hydrogen. Remote-Demanden. Und wo auch immer der jetzt so viel herziehen will. Auf jeden Fall schießen die Schafierte los. Da sieht man auch. Ah, die sind ein wackere, keine HandAR Downs und dann kommt mir die der hierher. Da nehmen wir eine Schafierte los. Dann kann ich das auch sehen. Dann kann ich von hier Hydrogen holen. Hier kann ich das auch wieder anfangen. Dann kann ich das auch jetzt auch zum Beispiel wiederum bringen. und sobald hier was ankommt geht das auch in die forschung für die worten mit rein wieder aber schneller könnte ich eh nicht produzieren so jetzt muss nur der erste transportier ankommen das ist halt auch nur die frage von wo kommt der an die frage von einem vp wird er mitbringen weil das ist jetzt von 1 6 schon wieder auf 1 2 runter was mir nicht so gefällt es muss nur einer hier an dann kommt der hydrogentransporter da kommen die hydrogentransporter und liefern eine gute menge und diese gute menge kann jetzt hier rein und diese gute menge kann jetzt hier rein wird das ganze hier auf wir mal runter und jetzt geht es hier nämlich rüber und wird zur herstellung der energiematrix genutzt wo ich eigentlich einfach mal sagen müsste hier schneller schneller wie viele von den schnellen greifern hatte ich aber ich hab noch viel verbesserte nein da braucht er eh von einem gleich viel und da kommt der nächste schwung hydrogent und schon können die hier alle arbeiten so wie ich das haben will nur 8 universal matrix Okay, hier kommt die Universal-Matrix durch. So, die alte Matrix wird natürlich sofort wechselt und verpufft quasi. Den künstlichen Stern, der wäre natürlich auch nochmal dann richtig geil. Macht 72 Megawatt. Das ist, wenn man es mal mit unserer Dyson-Sphäre vergleicht, 10%. Also 10 Stück davon und wir haben unsere Dyson-Sphäre zurück. Und dann. Konstrukturpunkte fehlen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem... Ich glaube einfach schon mal hier... Ich würde sagen, füll dich. So, wo werden sie absorbiert? Müsste man ja sehen können. Die werden ja blau. Ja, hier vorne. Ein ziemlicher Stück davor. Ich frage mich gerade... Ich könnte sie einfach mal in Auftrag geben. Das ist zwar mehr Spielerei als wichtiges Vorgehen. Aber ich möchte gerne jedes zweite... Also immer so ein Zickzack. So wie wir es hinten bisher haben. Möchte ich das hier weiter rumführen. Warum ich das so mache? Keine Ahnung. Aber ich mache es einfach. In der Hoffnung, es kommt hin. Und so sieht es auch aus. Nein, hier kann ich nicht aufführen. Das muss immer ein vollständiger Rahmen da sein. So und jetzt brauchen wir insgesamt 70.000 Solar Sales. Und 9.800. Bei den Bauteilen. Deko. Mal anmalen. Naja. Möchte ich aber nicht. Wir können jetzt über die nächsten Folgen zuschauen, wie sich das hier alles aufbaut. Und dann haben wir zumindest unsere Sonne schon mal entschlossen. Und jetzt werden auch ein Haufen absorbiert, weil die jetzt überall hinfliegen. Sieht auch cool aus, wie die jetzt über das Bild fliegen. Von überall her. Die sich hier überall jetzt an den einzelnen Eckpunkten hier ansetzen können. Das kann ich auch einfach mal... Das kann ich auch einfach mal... Das kann ich auch einfach mal... Das müssen wir sehen können... Wie sich das hier ansetzt. Ich bin der kleine Punkt hier. Das kleine Ding bin ich. Und das ist ja... so riesig. Das wäre so geil, wenn man nicht drauf stehen könnte. Die Deltensphäre. Da vorne baut sich's schon auf. Oder? Es fliegt hier jetzt schon... Ah ja, hier. Da ist das erste Feld. Es wird jetzt überall aufgebaut. Wir fliegen überall die kleinen blauen Teilchen rum. Und das finde ich sieht cool aus. Was nicht ganz so cool aussieht ist, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Deswegen fliege ich jetzt hier einmal schnell zurück. Und bedanke mich schon einmal kurz zu schauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und denkt auch bitte dran zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Grüß.